Hallo Freunde, willkommen zurück. Ich mal wieder total in Form und ganz viele Kumpels sind auch in Form. Ja, und hier sind sie es auch schon alle. Ihr seht, der Sturridge ist dabei, Menez ist dabei, von Gladbach, ja, wie heißt er, Hrgota, wie auch immer. Auf jeden Fall ist noch Miralas dabei, Lampard, Larv, Ayu, Guardo, Arribas, Mulgrew und Handanovic. Ja, und dann hier noch die Auswechselspieler. Yatabare, Kelifa, zwei Kelifas, da hat sich wohl einer vertan, ja. Dann haben wir hier Snoatgras, Johansen, Snoatgras ist natürlich auch ein geiler Name, oder heißt es Snoatgras, wie auch immer. Dann haben wir hier noch V und Vuvela. Ja, und was fällt uns auf, Sturridge? Natürlich hier schön Tempo mit 91, da werden einige sich wahrscheinlich ärgern, wenn der Kollege den wegläuft. Ja, das ist natürlich auch eine schnelle Sau mit 89 Geschwindigkeit, hat 88 Dribbeln. Passwert 69, ja, ist nicht überragend, aber ich denke, mein Pass wird das schon noch irgendwie in die Mitte bekommen. Ja, auf der linken Seite, Ayu, hat immerhin 81 Pass, 83 Geschwindigkeit. Dann, wenn haben wir noch, ja, Menes hier mit 86 Geschwindigkeit, 77 Schuss. Für den Silberspieler finde ich den Kollegen hier eigentlich gar nicht verkehrt. Hat 78 Geschwindigkeit, 74 Schuss. Meines ist jetzt nicht super überragend und ob es eine Informkarte wert ist, naja. Aber ich denke mal, der wird trotzdem einige Abnehmer finden. Achso, hier eine Verteidigung. Ja. Der Guado ist natürlich auch sauschnell hier mit 89, hat 81 passen, 80 Schuss, 87 Dribbeln. Der wird einiges wert sein, denke ich. Und auch der Torwart ist nicht verkehrt hier mit 89 Hechten und 89 Reflexen. Und 90 Positionen, 85 Ballsicherheit, 80 Abstoß. Das sind schon mal echt super Werte für den Torwart. Silberspieler, Silberspieler, ja, Kalifa hat natürlich hier auch gar nicht so blöde Werte. 81 Geschwindigkeit, 81 Geschwindigkeit, 79 Dribbeln, 79 Schuss. Und Yatavare hier mit 80 Geschwindigkeit, 70 Schuss, 73 Kopfball. Ja, ja, Ruvilla hat jetzt eigentlich nicht so überragende Werte für den Torwart. 75 und 74 finde ich jetzt, ja, nicht toll für den Inform. Und V finde ich jetzt auch nicht so den Hammer. Johansen, na gut, für eine Bronzekarte hat der schon ganz ordentliche Werte. Vor allen Dingen ist es auch mal einer, der ein bisschen schießen kann, obwohl es ein defensiver Mittelfeldspieler ist. Dafür ist er in der Defensive ein bisschen schlechter ausgefallen. Und ja, hier haben wir die Übersicht. Andanovic hat 71, 21 Punkte dazu gewonnen. 7 davon beim Schuss. Lampard 25 Punkte dazu. Davon 5 beim Schuss, 5 Verteidigungen, 6 Kopfball. Dann haben wir den Guado mit 27 Punkten. Davon 7 im Schuss, 6 in der Verteidigung, 6 beim Kopfball. Love mit 15 Punkten, 5 beim Schuss dazugekriegt, 4 beim Passen. Ayu 16 Punkte dazubekommen, 5 beim Schuss, 4 beim Kopfball. Menes nur 10 Punkte. Ist aber ein bisschen schwach. Normalerweise geben die auch immer so um die 15 Punkte. Er hat 3 beim Schuss, 2 beim Pass, 2 beim Kopfball dazugekriegt. Storridge 20 Punkte dazugekriegt, 6 davon beim Schuss, 5 beim Pass, 3 beim Dribbeln, 3 Kopfball, 2 Defensive. Mialas hat 14 Punkte dazu, 5 beim Schuss, 3 beim Dribbeln. Ja, anders verliert sich so. Dann haben wir hier Mulgrew, der hat 19 Punkte dazu bekommen, davon 6 beim Schuss, 4 beim Pass, 4 Defensive, 2 Kopfball, 2 Dribbeln. Arribas mit 18 Punkten, davon 4 beim Schuss, 5 beim Kopfball, um mal die besseren hier vorzuheben. Dann haben wir hier Snootgrass mit 27 Punkten. Der hat 8 beim Schuss, 8 beim Pass. Oh, ich sehe gerade, er hat auch sein Gold-Upgrade bekommen, also wird das schon sein Siff sein. Dann haben wir hier Ruvela mit 13 Punkten. Da hat er 4 beim Schuss, 3 in der Geschwindigkeit, 3 beim Dribbeln, 3 beim Kopfball. Dann haben wir V mit 22 Punkten, davon 8 beim Schuss, 5 beim Kopfball, 4 in der Verteidigung. Khalifa hat 31 Punkte dazu bekommen, davon 13 beim Schuss, 5 beim Passen, 4 beim Dribbeln, 4 beim Kopfball. Dann der Kollege von Gladbach, dessen Namen ich auch nicht so wirklich kenne. 22 Punkte dazu bekommen, 10 beim Schuss, 4 beim Pass, 4 beim Dribbeln, 2 beim Kopfball. Dann Jatavare, 35 Punkte, hat sein Silber-Upgrade bekommen, hat 16 Punkte beim Schuss dazu bekommen, was ist natürlich super ordentlich. 4 Pass, 5 Dribbeln, 6 Kopfball, 2 Verteidigung. Das wird dann auch sein Second in Form sein. Dann haben wir hier den Johansen, der hat 20 Punkte dazu bekommen, 7 beim Schuss, 3 beim Pass, dann 2 beim Dribbeln, 5 in der Verteidigung, 2 beim Kopfball. Und Taibat haben wir hier noch, 21 Punkte dazu bekommen, davon 10 beim Schuss, 2 beim Pass, 2 Dribbeln, 1 Verteidigung und 5 Kopfball. Und er ist auch noch gewechselt, vom linken Mittelfeld auf den rechten Flügel, auch sehr außergewöhnlich. Normalerweise bleiben sie ja wenigstens rechts oder links. Ja, Johansen auch hier vom ZM auf ZDM gewechselt. Da haben wir noch einen, der gewechselt ist. Ja, eher vom Mittelstürmer auf Stürmer. Dann hier vom linken Mittelfeld aufs rechte Mittelfeld. Dann haben wir noch rechter Flügel ins rechte Mittelfeld. Miralas vom Stürmer ins rechte Mittelfeld. Storridge vom rechten Flügel als Stürmer. Menes vom rechten Flügel als Stürmer. Laf vom Stürmer ins offensive Mittelfeld gerückt. Guadau vom linken Mittelfeld in die linke Verteidigung gerutscht. Und Lampard vom offensiven Mittelfeld ins defensive Mittelfeld. Ja, und der Torwart bleibt natürlich im Tor. Ja, Freunde, das ist das Team der Woche. Und auf meiner Facebook-Seite hatte ich das auch schon vorher bekannt gegeben. Da ist irgendwie so ein Screenshot im Netz rumgegeistert. Und das hat wirklich soweit gepasst. Nur die Positionen haben sich ein bisschen verändert. Aber die Spieler waren alle soweit drin. Da, wer war denn? Irgendeiner war auf der... Ach ja, der Snoopress war glaube ich hier irgendwo mittendrin. Dafür war dann hier noch irgendein anderer auf der Bank. Aber im Grunde genommen haben die Spieler soweit alle gepasst. Also gehe ich mal davon aus, dass das Team of the Season nachher von der BPL kommen wird. Und da sind ja auch die Spieler schon weitestgehend bekannt. Schaut einfach mal der Screenshot auf meiner Facebook-Seite. Link ist in der Beschreibung. Und ja, ich werde es nachher nochmal vorstellen. Ich denke mal, um 5 Uhr wird es publik gemacht werden. Und dann schaue ich mal, ob die Quelle richtig lag oder falsch. Gut Freunde, das war es erstmal vom Team of the Week. Ich sage Tschüss und bis bald. Macht's gut.